Liebe Fans und Freunde des SV Helpenstein, die neue Spielzeit 2023-2024 hat begonnen. Unsere erste Mannschaft, Landesligist, kam mit einem 2 zu 0 Erfolg vom ersten Auswärtsspiel bei Viktoria Arnotsweiler zurück. Am Sonntag nun gibt die Zweitvertretung des FC Dürren in Wildenrad in der Profisek Arena die Visitenkarte an. Liebe Leute, kommt zum Spiel, unterstützt unsere Mannschaft. Spielbeginn ist 15 Uhr. Neben gekühlten Getränken gibt es frisch gegrillte Wurst direkt vom Grill.